Outplacement, der Begriff ist ein bisschen unglücklich, besser wäre New Placement, also eine Neuplatzierung. Kommt wie so vieles aus Amerika, merkt man schon am Begriff, haben wir nicht übersetzt, sondern haben wir einfach so übernommen. Man hat vor Jahren schon festgestellt, dass es immens teuer sein kann, sich von einer Führungskraft zu trennen. Das kann immensen Schaden anrichten, denn die Führungskraft weiß über die Leichen im Keller. Die Führungskraft hat sich Netzwerke aufgebaut, die kennt andere einflussreiche Leute. Und wenn man sich von so jemandem trennen muss, weil die Konzernmutter in Amerika das gesagt hat, dann kann das verheerende Folgen haben. So ein Mensch kann aus Frustration heraus immensen Schaden anrichten. Und deswegen, oder das war mit ein Hauptgrund, hat man dieses Outplacement als Dienstleistung erfunden. Dass man sagt, pass mal auf, wir müssen uns leider von dir trennen. Du hast hervorragende Arbeit geleistet, aber du weißt, die Konzernmutter möchte diese Sparte verkaufen oder was weiß ich. Und wir müssen uns trennen von dir, aber wir finanzieren dir ein komplettes Outplacement-Coaching. So würde man das heute formulieren. Ein komplettes Outplacement-Coaching. Und das bedeutet, dass auf Kosten der Firma dieses Vorstandsmitglied von diesem Coach betreut wird. Der Coach macht erstmal so eine Ist-Analyse, wo stehen wir denn, was sind noch Ziele, was möchtest noch erreichen. Und dann entwickelt man Bewerbungsstrategien und guckt, wo sind geeignete Leute und so weiter. Geeignete Firmen, Netzwerke werden aktiviert und so etwas. Das ist Outplacement. Klar, ist durchaus ein guter fünfstelliger Betrag, der da investiert wird. Aber man hat irgendwie gelernt, das ist oft günstiger, als sich von diesem Menschen einfach so zu trennen. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Video-Coachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Video-Coachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.